Standort ist hier zwischen Weddingen und Beuchte, der Fluss ist die Wedde. Man muss es sehen, dass es nicht nur die Fluss ist, die Fluss ist. Einmal mit einer Fluss, der Fluss wird es im Enkelsammlung, der Fluss ist. Kaffee Das ist jetzt hier der Standort, Ortseinfahrt Schladen, von Beuchte kommend. Die erste große Route am Ort ist das hier. Standort ist jetzt hier Schladen, direkt in der City und das ist die große Oka-Brücke und wie man sieht, die Feuerwehr ist hier schon im Gange und pumpt hier schon von einigen Grundstücken Wasser ab. Die Oka ist natürlich schon weit über den normalen Lauf rübergetreten und ja, mal sehen wie es noch wird. Die Oka ist jetzt hier der